So Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Zone Interface! In meinem letzten Mal mit der Katakombe ein bisschen weiter verabredet, einen König zum Freund gehabt, statt zu kämpfen. Was hätten die überhaupt gedroppt, meine Frage? Übrigens, hallo. Hallo, den schwarzen Schlüssel sowieso und das Skelett, glaube ich. Ich glaube, einen großen Heiltrank hätte es droppen können, aber das war es dann auch. Und vielleicht noch ein bisschen Gold, aber naja, du hättest wahrscheinlich im Kampf mehr Heiltränke verballert. Richtig, deswegen. Okay, und jetzt machen wir weiter. Yay! Ah Gott, schon sterben. Ich wünsche, ich werde nicht hergekommen oder sehen. Ist ein ziemlich guter Bild. Natürlich, natürlich. So schritten und abwehren. Natürlich. Sonst, die Verfehlen ist auch für die ein Fremdwort. Ist ja nicht so, dass es gerade geklappt hätte. Richtig. Willst du mich verarschen? Danke. Du bist ja noch nicht durch. Ich kann ja noch gucken. Richtig. Richtig. Gleich zum Anfang, aber ich auch noch schön fetten Schaden kassiere. Heil mit deinem Trugbild. Ja, das ist ein Konzert. Ich kann ja noch nicht wegfliegen. Ich habe Mistvieseräden. Ja, das ist klar. Gut, die Heilung hat jetzt ungefähr gar nichts gebracht. Nein, war stopp. Entschuldigung. Ach, das ist, ich habe jetzt zwei Jahre verrührt. Ach, das ist klar. Gut, die Heilung hat jetzt ungefähr gar nichts gebracht. Na, war stopp. Entschuldigung. Ach, das ist, ich habe jetzt zwei Jahre verrückt, oder noch. Hallo, kann man eins von den Viechern rufgehen? Ja, mein Tutbild, ist das. Ist klar. Moment mal. Vollstürz. Yay, und tot. Ist klar, natürlich, warum auch nicht, würde ich die niedrigsten Schaden machen, der mögliche Entschuldigung meiner Kamuschen Treffen mit 41 Schaden raus, aber gib einen Scheiß drauf. Bam, richtig. Bam, ja, pf. Genau. Schön, dass die Gegner mit der Scheißkürze verfehlen. Wesentliche. Nie, reelingen jetzt. Ich. Wundervoll, wundervolles Spiel. Akzeptabel. So, ich verballe jetzt erstmal den ganzen Colt-Schlitz aus und kack. Richtig. Oh, Gott. Könnte schön, ey. Jo, gut, sehr schön. Na gut, dass mein Colt-Schlitzer anscheinend weniger, fast zu stark gemacht hat für Schwing, also er war totale Verschwendung. Nie, ha. Nein, doch nicht. Während der Zeit noch steht, ist er noch effektiv, nee, oder? Nee, ich glaub, nicht ganz versuchend, aber ich glaub, der macht auch nicht mehr Schaden, seine normale Angriff. Gut, dass er mal ein KP überlebt. Schön. Egal. Yeah, ich hab' da Schäde bekommen. Ey, jetzt sagt mir, wo ist deine Rüstung? Richtig. Ruhe und Frieden. Voll Ruhe. Nächste Rüstung, wenn man den natürlichen Verfall von ihr absieht. Achso, achso, achso. So sollst du dich auch haben. Ja, nimmst du doch Kishi und was? Was ist das Lieferung der jungen Frauen aus Alt-Lasser-Fiori-Nanter? Was? Ich schiebe mir nach Bartkartoffeln. Ah, ich hab schon die Schäde betont, ich verletzt. Ich will sterben. So wie der Schrank aussieht, ist ja schon seit Jahren lebendig. Leer, kaputt, schäbig. Es war einmal eine Kiste. Und nicht praktisch Fass. Ein Fass kommt selten allein. Völlig kaputt. Sieht doch recht gut aus. Markenqualität. Ui, Schimmel, den nehm ich mit. Ich hab's also für einen Schimmel getan. Ja. Und natürlich für die 305er TXP und die beiden Schädel. Alles klar, na egal. Durch die Schäde hoch ich wenigstens den Preis für den E-Nomatic ein. Ja. Oh man. Ich seh schon, es wird auch ganz lustig hier. Beihren Sie mich bitte nie wieder. So. Sind Sie ja auch nicht schon aktiv? Ja. Ja, sind Sie. Also. Klappe, 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 meintauer, gibt es hier noch etwas anderes außer Szkeletten? Einstices Trugbild, yeah! Aua! Richtig! Ihr könnt doch mal so von uns in der ersten Runde reinballern oder so! Bitte! Danke! Danke! Oh, danke! Oh, das hätt' sich geholfen können! Und jetzt wird sich der Angriff tot! Richtig! Sehr gut! Aua! Ja, okay, gut! Ist er tot? Nein! Stirb, bitte! Jetzt müsst er sterben! Danke! Wieso renne ich eigentlich in die Symbolekatakom rum? Lass mich abschlachten! Das ist eine sehr gute Frage! Oh, zu Glück! Nein! Oh, gut! Ah, Lord! Geht hier ab wie sonst was! Oh! Na ja, gut! Ey, noch mehr Schädel! Tupel 2 gelernt! Yay! Wieso... Sehen eigentlich alles Gehäte nach ihrem Tod gleich aus? Gute Frage! Ich würde noch was speichern an deiner Stelle! Pasche an Seele! Äh, ja... Ja, ja... Gut! Oh! 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 Oh... Oh! 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 für diese alten Schraub an und frage bis heute so ich das hier eigentlich das soll steht schon brach bloß weg hier hier ist ja schon Schleim dran drei Schleimklub mal in der die hier wo schon steht ihr könnt die Leiche drin sein hier liegt was zweimufig Holzbretter wieso tue ich euch auch also die sind zum Verscheuern da ok hier stehen eigentlich alle Kisten gleich aus das hier drin eine Leiche sein würde super warum nimmt der Herr Schleimklub ja auch alles so wörtlich ist der stark nein ich glaube der kann nicht vergiften der ist normal angebrechen aus also ich würde ein Togbild vielleicht noch erschaffen weil der hat halt eine Abwehr von irgendwie ziemlich wenig du kannst jetzt auch beide erschaffen ach ja und das könnte dich theoretisch vergiften also die Wahrscheinlichkeit auch höher dass sie aufs Togbit gehen oder was nö das nicht aber die haben halt mehr HP haben ein bisschen Abwehr und sowas das überleben halt generell ja und dafür habe ich nichts bekommen du hast Geld aus XP bekommen ok ich bin Level 15 mir fehlt noch ein gutes Stück ja könnte ich jetzt den Typen packen oder nicht ja doch sollte eigentlich gehen zwei Level höher als vorher ja aber Elematik muss ich jetzt nicht verwalten für das bisschen oder wenn es nicht geht mach es nochmal aber versuch es erstmal weil die fehlt echt nicht viel ja ja vor allem du musst natürlich wenn du zwei Trugbilder hast dann hätte ich natürlich nicht mehr zwei sondern drei Ziele die er angreifen kann dass die Chance natürlich wieder niedriger als Sau auch angegriffen wird na gut dass einer ist wahrscheinlich schon wanted für ihn kommt auf die andere vorhanden nein nein ich wollte schon ich will den Schädel ich will das niemals mit dem mächtigen Sagen oder aufnehmen so so ok gut äh technisch in Togbit 2 erstmal super fängt gut an Togbit du bist mir ein Trank wow so oh äh steht der Togbit 1 oder 2 Togbit 1 warum das what the fuck das muss ich nochmal ändern das sollte Togbit 2 heißen ja super natürlich greift er mich an mit seinem Urbetragen so frisch dich wow ja soviel zum wanted Wonder sag ich so oh Gott ey stirb da da natürlich toll wenn sie Fläche angefallen setzen das schützt mich da so wunderbar Alter richtig ich geh nur kaputt oh oh lord Ich glaube, du musst den Zombie noch machen. Was? Ja, du hast es davor gespeichert. Ich werde es jetzt einfach ganz schnell umkloppen, dann verwende ich, das ist Indomatik. So, dann scheißegal, das ist 25 Geld, wo ich mir den Schädeln alles ein. Und da sind auch die Schleimkloppen und so, aber sie müssen verkaufen. Ja, deswegen komme ich wieder. Greif normal an, greif normal an. Nein, natürlich guck das nicht. Ich scheißegal, wenn der Indomatik um Ende. Oh, und das Ding macht teilweise weniger Schaden als der normale Angriff, ne? Das ist aber auch, der hat eine Abwehr von, wie gesagt, fast gar nichts. Und? Naja, nimmt weniger Schaden durch die, äh, mehr Schaden durch die normalen Angriffe. Ah, toll. Gut, dass ich den Gegengriff bekommen habe. Oder halte der Indomatik das auch? Der Indomatik halt alles. Gut, dann halte ich das eine Gegengriff. Es war ein Gratis. So, bären sie mich nie wieder. So, jetzt haben wir die Holzdinger und hier waren noch mal die Schleimkloppen und fertig. Ich seh schon. Dein Spiele werden mir noch viele schöne Stunden bereiten. Aber du hast dich auch letztens ins Forum gestellt, ne? Wohin des Weges. Was? Achso. Ah, ich bin doof. Das hast du gesagt. Ich weiß, was du es gedacht hast. Was? Ja, ich kann deine Gedanken lesen. Nichts, ob man sowas scheint, dass du denken. Denk dir jetzt an nackte Bananen. Ist ja ekelhaft. Ja, jetzt bist du schockiert, nicht wahr? Hier unten gab es uns aber eigentlich nichts mehr. Da war dann nur noch der König. Nur hier ist sonst nichts mehr. So, einmal speichern. Und los geht's. Ja, bla bla bla, ich will deinen Schiedel. Ja, ich will deinen Schniedel. Komm her. So, erst mal das zweite machen. Jetzt das erste machen. Und das weg ab. Jo, natürlich. Warum auch nicht? Goldschlitzer! Du fällst einen Heintrank und du schützt meinen Guter. Richtig. Richtig, der, der abdeckst dukt sich. Genau. So, jetzt gehst du aber doch. Ja klar, greif nur mich an. Dafür hab ich mir eine geholt. Mir meine Todpäder geholt. Trollolol. Richtig. Trollolol. Komm, kein Trank. Danke. Herr auf mich anzugreifen, du Penner. Hallo, was soll denn die Kacke? Mann. Gottes Wille. Und jo, das läuft sehr gut. Lieblich. Ach Gott. Und das war schon, wer es zu fehlt. Hier wurde immer ein gewisses, ein gutes Problem. Ja, das ist so stark. Bla bla bla. Alter, es ist ein schlechter Bild von dir. Mann, was soll die Kacke? Richtig, ich muss immer sein, kann sich anrufen, bearbeiten und dann bangen, sterben, zum Söldrückbilder. Alle vor sich hin. Meine Güte. Oh, danke. Ja. Ich hab' besser, ich mach' nochmal angefunden, ich schwöre die zur Nut neu einfach. So, schützt, schützt, schützt. Ich glaube, das ist dann besser, anstatt, wenn ich jetzt mit Kreuzschütze verschwinde, weil mein normaler Anruf macht genug Schaden. Ja. Das ist natürlich doof. Also... Was, wenn du... Okay, Tupel ist tot, dann wo wir ein Tupel. Du wärmer ab. So, Schätz und Schätzchen. So, bla bla bla. Ja. Alter. Sicher. Das ist was... Ja, gut, jetzt gehen beide drauf. Sehr schön. Ich halte mal selber und du wärst ab. Sehr gut. Wundervoll. Aber das sieht... Es läuft besser, aber dennoch. Ja, der müsste auch gleich hinüber sein. Hoffentlich. Oh Gott, ey. Nein! Ist klar. Ist klar, muss so passieren. Nutzen großen Halt rein. Nein. Oh Gott. Es war nichts. Ah, er wäre sogar gestorben. 400. 400 lächerliche Erfahrungen. Und das klang eklig. 400 lächerliche Erfahrungen, ey. Bin ich für verarschen. Nein. Was für mich, dieses verkackte Amulett. Kommt's im Spiel weiter. Danke für das Amulett. Und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Für den Gargoyles und den Golem noch, ne? Kann ich nicht. So. Was ist einfacher? Gargoyles oder Golem? Beziehungsweise Golem ist Story-mäßig weiter, ne? Nö. Story-mäßig weiter geht's am Westzoll. Im Landtag. Also ist egal, wen ich zuerst mache. Ja. Okay. Also die Gargoyles haben halt weniger HP, können dich aber vergiften. Und ich glaube auch Blenden, da bin ich mir mal nicht sicher. Der Golem hat halt höhere Werte und ist allgemein ne ganz Ecke schwieriger. Weil er halt viel mehr zuhaut und so. Also die Gargoyles. Also die Gargoyles? Versuch sie. Ich glaube sie sind einfacher. Wie viele Schuriken hab ich denn noch? Soll ich dir noch Schuriken wollen? Ich hab Nummer 5. Kannst du dir noch ein paar holen. Bringt dir wahrscheinlich auch später nochmal was. Ich würde sagen, kauf dir noch Gegengift und so. Aber du hast ja dir einen Trödler gekillt. Hab ich nicht. Das hab ich gesettet. Nee. Stimmt. Ja, ja, ja. Kannst mal sehen. So, ich will mir einfach 10 Schwenk. Ich meine selbst, du musst ja nicht außerhalb des Kampfes benutzen. Da kannst du ja eine Indomatik benutzen. Aber innerhalb halt. Ja, ja schon. Da ist das Gift dann schon um einiges hinderlicher. Äh, ich... Ja, zeig mir deine Ware los. Komm, Hose auf und ab geht's. So, ich sag ich 5 Gegengifte. Und 5 davon. So. Und mein schönes Geld ist futsch. Immer noch 1700. Ja. Wahrscheinlich kostet später alles so viel, dass ich's... Dass ich 5 krank werde. Hey, ich glaubst du schaff den dann noch? Nee, oder? Ich glaub nicht. Also er ist zumindest einfacher. Beziehungsweise, man konnte ihn schon machen, bevor es die Katakombe überhaupt gab. Weil... Den hab ich vorher gemacht. Und der war vorher machbar. Ja, jetzt aber nicht. Seit da geht's den Gargoyz. Ich speichern lieber. So, dann verabschied ich mal bitte für den Bart, der schon wieder viel zu lang ist. Auf Wiedersehen. Ja, Freunde. Das war's mit dem Part. Beim nächsten kommen wir uns um die Gargoyz. Ich freu mich ja schon wirklich wunderhässlich und so. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.